Ja, es gibt drei Ringana-Shop-Probleme für frische Partner und ich möchte dir erklären, was ich damit meine. Also wir haben ja den Ringana-Shop als frische Partner, den du weitergeben kannst und gerade auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram haben wir hier drei große Problematiken. Hallo, ich bin der Willi, selbst im Network Marketing hatte ich schon im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz und unten findest du mein Gratis-Training in 30 Tagen, 110 Vertriebspartner, so viel habe ich generiert. Also der Ringana-Shop, grundsätzlich mal dazu, zu dem Auftreten von Ringana, dem Shop, das ist alles sehr, sehr gelungen, es ist edel, es hat Design, aber es hat drei Probleme, der Ringana-Shop für dich als frische Partner und zwar zuerst einmal Problem Nummer 1 beim Ringana-Shop ist das Linkverbot in Postings. Wir haben auf Facebook und auf Instagram die gleiche Entwicklung. Vor einigen Monaten hat Facebook und dazu gehört auch Instagram gesagt, wir wollen keine Links zu externen Seiten. Eine externe Seite ist eben der Ringana-Shop, das heißt, wenn du die Menschen von Facebook oder Instagram zu deinem Ringana-Shop bringst durch das Posting, dann kannst du zwar dieses Posting veröffentlichen, aber dieses Posting wird deinen Freunden nicht angezeigt oder wenn du eine Facebook-Gruppe hast, deinen Gruppenmitgliedern nicht angezeigt oder wenn du eine Fanpage hast, deinen Fans nicht angezeigt. Wie gesagt, es liegt daran, weil Facebook die Leute auf der Plattform behalten möchte und das gilt auch für alle Plattformen. Das gleiche ist bei YouTube, das gleiche ist bei TikTok etc. immer dort, wo ein externer Link ist, funktioniert das nicht gut. Punkt Nummer 2 beim Ringana-Shop, zweites Problem für frische Partner ist das Linkverbot im Messenger. Also wir haben es nicht nur in den Postings, sondern auch im Messenger, das heißt bei Instagram, bei Facebook. Wenn du dort einen Link schickst, dann passiert eigentlich augenscheinlich für dich als frische Partner von Ringana nichts, das heißt, du denkst dir nichts dabei. Du schickst den Link zum Ringana-Shop und denkst dir, okay, die andere Person wird das bekommen. Aber dem ist nicht so. Warum? Weil die andere Person, also die Person am anderen Ende der Leitung sozusagen, wenn die draufklickt auf den Link, dann kommt so ein Popup, dass dieser Link nicht geöffnet werden kann. Und die wenigsten melden dir dann zurück, dass sie den Link nicht klicken können. Also du bist dann in einem negativen Rad drinnen, weil du viel, viel tust, viel, viel Aktionismus machst, aber hier wenig verkaufen wirst. Der dritte Punkt, das dritte Problem beim Ringana-Shop auf Social Media ist das sogenannte Wortmarken-Update. Das hat wirklich große Auswirkungen auf deine Reichweite, auf deine Sichtbarkeit. Und zwar eine Wortmarke ist ein Firmennamen, Ringana oder ein Produktname, der geschützt ist. Und wenn du diesen Namen verwendest, dann bekommst du keine Reichweite mehr. Also du machst ein Posting mit Ringana oder Ringana-Shop, whatever. Du hast das Wort Ringana drinnen und das sorgt dafür, dass die Sichtbarkeit extremst eingeschränkt ist. So wie wenn du einen externen Link reingibst. Das Ganze ist dadurch passiert, dass viele Menschen TikTok-Videos genommen haben und auf Instagram hochgeladen als Reel. Also Instagram Reel, ein Kurzvideo, gibt es ja auch bei Facebook, Facebook Reels. Und da hat Adam Mossery, der Chef von Instagram, gesagt, wir wollen das nicht. Das heißt Wasserzeichen, aber auch wenn man es erwähnt, werden hier bestraft. Was ist jetzt die Lösung, wenn du einen Ringana-Shop hast, frische Partner bist und wirklich viel verkaufen willst? Wichtig ist hier umzudenken von Post and Pray, sage ich immer dazu, auch weg von Akquise, hin zu Pull-Marketing. Wir haben hier eine neue Funktion, eine Google-Funktion in deinem Facebook-Account. Das bedeutet, wenn jemand bei Google etwas sucht, wenn er zum Beispiel Ringana-Produkte sucht, weil er bei Ringana etwas kaufen möchte und du weißt, wie du das richtig machst, dann wirst du bei Google gefunden. Und das ist natürlich insofern klasse, weil die Leute auf dich zukommen, du bist keine Bittstellerin mehr und du wirst da definitiv was verkaufen. Nachteil an dieser neuen Google-Funktion, sie ist standardmäßig nicht aktiviert. Das heißt, du musst sie erst aktivieren und unten in meinem Training, wo steht in 30 Tagen 110 Partner, da zeige ich dir genau, was ist diese Funktion, wie kann man die nutzen und es ist ein sehr intensives Training. Also, das sind die drei Dinge für deinen Ringana-Shop als frische Partner. Ich hoffe, es hilft dir. Schön, dass du da bist. Rock it und bye bye. Viel Erfolg bei Ringana.